Möbelhäuser, wo man hinschaut, schauen wir mal, was wir finden. Das erste, was ich brauche, ist Folgeness. Im ersten Kauf getätigt, einen Bürosessel, kleinen ersten gesehen, zugeschlagen, Sessel, erledigt. Musik XXXLutz, der zweite, schaut eh gleich aus, wie ich will. Musik Meine Schatzel ist eine Häuselfrau. Das ist immer die größte Gefahr, wenn man da so herum geht, dass man sich verzettelt. Ich schaue mir dann halt immer alles an. Das ist spannend, was das alles gibt. Musik Es wird. Es wird. Sessel habe ich. Tischbrotten kaufe ich mir. So Päckchen zum Aufstellen habe ich daheim. Es wird. Es wird. Musik Geschafft. Jetzt habe ich mir einiges eingekauft beim Ikea. Also Sessel habe ich. Tisch habe ich. Regal habe ich. Und alles mögliche andere. Also auf jeden Fall ein Haufen Geld schon mal ausgeben. Na sehr was sage ich. Aber mir reicht es. Jetzt fahre ich was essen und dann ab ins Büro und dann räume ich das ein. Und schaue ich wie weit ich heute komme. Und dann zeige ich euch natürlich das Büro. Jetzt ist es soweit. Schaut her. Da haben wir es. Musik Das ist soweit. Das ist die W tod 0,1. Die WTO. Das ist die WTO. Das ist die WTO. Untertitelung. BR 2018 Mein Zettel, Fenster, Türen, alles mögliche gibt es da in Neinkirchen oder ist es noch wie in der Neustadt, ich weiß es gar nicht. Auf der 17er, da haben wir das Hausmesse. Und ansonsten fahre ich dann weiter zu meinen Eltern, da gibt es ein gutes Essen und dann fahre ich nach Schlägen in die Klausi Klaus, nach Potschenau, fülle mein Auto an und fahre dann ab. Wieder nach Wien. Klausi Klaus, Schlägen. Ich bin da und packe die Sachen ein, die ich brauche und dann geht es wieder weiter. Der Vater hilft mir da ein bisschen und dann wieder ab nach Wien. Wieder in Wien. Ich glaube, ich werde das Auto morgen ausräumen, es ist eine finstere Nacht. Das Büro fühlt sich, das Studio. Heute ist ein, naja, wie sagen wir es, ein Arschweder. Ist mir wurscht, es wird, schau her. Oder? Also, es ist mehr als ein Sessel herringen. Das ist die Aussicht aus meinem Büro, wenn ein Arschweder ist. So, da hinten ist gleich ein Wirt. Dann muss ich noch einmal reinfahren und dann noch ein paar Sachen holen und dann werde ich das Büro da schäbmiertlich errichten. Los geht's! Das ist aber schon gescheit. Erste Eindrücke. Erste Eindrücke. Erste Eindrücke.